nehmen wir einfach mal eine abkürzung abkürzung genommen so hier gibt es ja auch nichts mehr außer diesem bridgewalk zurück ist der weg von hier aus kürzer also es gibt von hier aus keinen weg mehr aber es gibt noch den weg da drüben aber der interessiert mich nicht so wirklich ok da ist auf jeden fall ein knopf so mal sehen ob ich das heute noch schafft werde ich da muss ich erst speichern ich sehe auf jeden fall da einen knopf mal sehen ob ich den drücken kann damit habe ich auf jeden fall schon mal was geöffnet ich glaube aber damit habe ich nur das da hinten geöffnet ja ok da war ich zu langsam mal wieder hier rüber es muss auch irgendeinen weg geben da die andere lücke zu öffnen da war ich wieder zu langsam wenn ich gehe das hat gerade in der nächsten aufnahme session so weiter so 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 machen wir den frischen federfall an ich sehe halt da einen knopf da sehe ich keinen knopf da war der knopf da war der knopf ja jetzt noch mal bis dahin kommen und der rest ist egal bei der drüben hinkomme ich sowieso jetzt anders so 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 damit habe ich jetzt einen emerald gem mal wieder so 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 Ne, von hier aus runterfallen ist auch nicht. Das spawnt nur neue Spinnen. Und neue Trauerwöhren. Also, nix hilfreiches. Und zum Attack of Light komme ich auch noch nicht, nein. Der Ogre-Hammer, der bringt eigentlich auch nichts. Bone Dagger. War hier eigentlich bei dem Ogre irgendwas von wert? Drin. Da bin ich mir nämlich jetzt gerade gar nicht mal so sicher. Weil ich glaube kaum, dass ich das Ding hier reinlegen muss. Nein. Eine Münze will er auch nicht, nehme ich an. Ne. Turms Zepter und Krone glaube ich auch nicht. Ich hatte doch bei einem Aus-Secret einen Hammer gefunden. Gehabt. Der war hier hinter. Ein Throwing-Hammer? Also ein Wurfhammer. Aber ich glaube auch nicht, dass es der ist der ist. Nein. A Spiteful Glare A Concealable Defense A Helpful Utensil Äh, weg da. Ne. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Da gibt es noch einen Wege der Feuergruben Teufelgrube. Das sehe ich auch gerade erst jetzt. Okay. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch schnell wieder durch die Feuer-Teufelgrube durch. Ah. Ich hätte speichern sollen, weil war mein letzter Autosave. Ernsthaft, weil war mein letzter Safe? Das muss ich gerade mal im Menü gucken, wo mein letzter Safe war. Auto-Safe. Ich glaube nämlich, ich muss irgendwie den Emerald mit dem Ornament-Schlüssel verschmelzen. Ich glaube kaum, dass ich das so machen kann. Nö. Was sagt die Map? Gut, hier sagt, das ist alles aufgedeckt. Äh, ja. Okay, ich würde sagen, den Feuer-Teufel-Raum verschieben will. Nee, ich will noch wissen, was da ist. Gehen wir den schnellen Weg. So, hier F5. 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 Hier geht auch zu, ja, hier spreche ich selber ein. Okay. Diese Ecke ist Todesecke. Nicht vergessen. Und nochmal ordentlich einen Zug auf die Nase kriegen. da war ich wieder zu schnell. Komm schon, ich muss jetzt eigentlich demnächst einen Cut machen. so. Das habe ich schon mal hinter mich gebracht. Das habe ich auch hinter mich gebracht. Oh Gott, Ja. Also da gibt es auf jeden Fall ein Secret. Ich weiß noch nicht, wie man reinkommt. Au. Ja gut. Überlassen wir das das nächste Mal. Ich werde jetzt erst einmal wieder F9 laden. An der Stelle, wo wir gerade eben schon mal waren. Und werde dort speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also. Bis dann.